So, ich hoffe die Platte läuft mir nicht voll, weil ich hatte eigentlich schon noch ein paar ungerenderte Folgen von anderen Platten drauf BAM! Ne, das wäre halt blöd Wir müssen aber hier immer noch so drauf, habe ich recht? Oh Kein Benzin mehr Ja Wirklich Ich nehme an, dass wir deswegen hier sind, weil wir kein Benzin mehr haben Kommt wie gerufen Aber wir sind voll damit Das ist wirklich Ich wirklich Oh Ah Und jetzt? Es kann nicht verschwimmen Das war ja wieder ein Dükstein Nein Steckt doch schön drin, oder? Da sag ich nicht nein Oh Oh Kick Ähm Ähm Da sind wir jetzt hier durchgecrouchen Wo sind wir jetzt hier durchgecrouchen? Das geht zu leicht Ja Das sagst du ja Die das Wüssen ist was anderes Was? Dann können wir hier wieder fahren Wird mega lang, oder? Wieder rein So Wir müssen das mal schieben Wir müssen das mal schieben Hier ohne nichts Scheiße Keine überhaupt nichts gutes Okay Alles klar Das macht ihr Das typed Leider Das 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 Сер Das 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 Wollen die auf die Karre? Wie doof. Am wenigsten aufs schnellen Weg hier wieder zurück. Nicht gut. Wollen die Freunde, wieso da kein Boost kommt? Ich höre für mich. Manchmal ist er. Sind wir jetzt vielleicht endlich mal auf dem Damm? Ich glaube es ja kaum. Ich höre für mich. Das war ja da ein Traum. Oh shit. Nein! Das ist schon ganz schön tricky. Na, auf der Engelbahn. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das gefällt dir. Was ist das? Oh, dabei war er so sparsam im Spritverbrauch. Ja, absolut. Du! Verdammt du! Der Teufel soll dich holen! Der Imperator hat mir aus der Hand gefressen und du hast es vermasselt! Das hier! Das ganze stirbt! All das ist deine Schuld! Du hast das zu verantworten! Du! Jetzt muss ich zu Kreuze kriechen und versuchen das Porzellan zu kicken, das du zerschlagen hast! Und ich hab extra gesagt, misch dich nicht ein! Mr. President, wir müssen jetzt gehen! Gehen aber nicht, ne? Ich würde fragen, was mich aufgehalten hat! Aber ich weiß, dass es ne geile Schnitte mit drei Titten war! Ja! Nimm das! Wir finden hier seltsam! Nein, ich bin mir aber nicht stolz! Ich bin hier in Kaugummi zu kommen und den Ärscher zu bitten! Und hier gehen die Ärsche aus! Ich bin der wahre Duke Nukem! Ein Eier aus Stahl, dass Trezor sterbt! Da kommt was Ekliges! Ich halte mich den Rücken frei! Lade nach! Aber ich bin der Wahre! Ich bin der Wahre! ine Neukel! Und ich bin der Wahre! Rettung! Versicht! Vorsicht! Vorsicht! Wir sind der Behenssatz! Wir sind der Gewehr! Hält sich die Eier runter und ab Çağ! Mache ich auch nicht! Beschütze mich. Junge, Junge. Gebeet gesichert. Mist. Gebeet gesichert. Ich hab keine Deckung. Leck mich am Arsch, ey. Vor allem dieses Devastator-Ding ist in dem Fall scheiß, weil die Dinger auf kurze Zins nur wirken und auf die Entfernung einfach nichts bringen. Weißt du, was ich mein? Was ist das? Was ist das? Ja, das ist gut. Das war's. Ich bin das Wege. Wir schießen uns. Stellen später. Er ist auf den Knien. Jetzt geben wir ihm den Rest. Kannst du einen rumlassen. Was ist denn jetzt wieder aufgestanden? Das verstehe ich nicht. Warum ist der fucking nochmal wieder aufgestanden? Warum ist er denn wieder aufgestanden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wahrscheinlich hat mich irgendein kleiner behinderter Ficker von diesen anderen Sporten da oben irgendwie daran gehindert, dass ich das zu Ende mache oder so. Gebietsgesichert! 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 Gut! Das war's. 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 Das war's.